Hallo Freunde, wir sind wieder mit unserem Donkey Kong und er guckt gerade durch die Gegend und yay. Weiter geht's. Also wir haben jetzt... Moment, ich gehe nochmal so rauf, obwohl ich eine Porte habe. Ich habe nochmal geguckt und alles abgegeben und die erste Welt ist komplett. Alle Feen, alle Münzenmedaillen, Bananenmedaillen und alle... einfach alles. So, und ich benutze jetzt nicht den Beamer, weil auf dem Weg nach oben hier noch was war. Was ich mir noch holen will, genau. Eine Donkey Kong Regenbogenmünze. Schick. Her damit. Boah, sind die reich. So, dann können wir uns eigentlich aufmachen in Welt 2. So. Weil hier fehlt uns ja auch noch ein bisschen was. Etwas fehlt da noch? So, und vor allem, hier in dem Anfangsraum hier, hier muss ich erstmal nochmal mit Diddy und Tiny was machen. Nochmal die Gongs aktivieren. Doing. Alter, schon 75 Bananen, ey. Nicht zu fassen, okay. Schaboing. Netter Metall-Effekt. So, Tiny's Ding ist open. Äh, ja. Mann, so ne Scheiße. Da kann sie nur hinfliegen. Duh, 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 duh. So, dann kann sie noch einmal gleich die Tür hier aufmachen. Äh, Tür aufmachen! So, aber ich glaube, da geht's zu, zu Chunky, irgendwie. Also, da ist was für Chunky zu mal erledigen. Ich guck mal kurz. Ob, eindeutig. Da muss Chunky seinen Mega-Wummer machen. So, und wir fliegen jetzt einfach mal, ähm, zu dem Fass hin. Ja, weil die Lianen sind hier, Jungs. Äh, okay, das hat nicht geklappt. Hä? Mann, was soll denn das? Flieg doch mal dahin. Ähm, Moment. Hä? So. Hä? Ui! Stub! Äh. Och! Ist das dumm, ey! Okay, vielleicht mache ich es ja falsch. Und vielleicht bringt es irgendwas, was ich mit Chunky-Kong in den Arsch, wenn man drauf mache. Obwohl ich glaube, dass es eher nur seine Tür aktiviert. Hä? Äh. Okay, das bringt gar nichts. Toll. Mann, so ein Mist. Jetzt werde ich hier wieder rum, bin Idiot. Mann. So, jetzt nochmal, Tiny. Und enttäusch mich, gefälligst nicht. Wieder. Flieg einfach mal von hier. Genau. Ha! Und? Alter! Gibt's ja gar nicht. Für wen soll das sonst sein? Ist doch für Tiny, oder nicht? Mann, so ein Scheiß. Gut, dann reicht's. Gehen wir erstmal rein. In die World. Gleich mit Tiny, weil mit Tiny fehlt mir noch ein Ballon hier. Dann ist sie komplett. Aua! Hm, wie billig. Ne, okay, ich mache doch erstmal mit Chunky. Wie? Dass der Part nicht ganz so irgendwie bananenlos erscheint. Boon! Eine Geräuschekulisse hier, die ganzen Affen. Oh, 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 das war ein Fehler. Oh. Puh. Oh, Mann. Das ist schon so ein fetter Wrestler und versorgt irgendwie trotzdem. Voll die Wüstenmucke. Ich finde das irgendwie cool hier. Okay, ich hätte auch den Powder benutzen können. Ah, da bin ich jetzt ein bisschen zu spät drauf gekommen. Fass! Okay, ersten fünf Bananen haben wir von dem Dicken. Wer sich freut. Vor die fette Knarre rausgeholt. So. Tür auf hier. Was ist hier los? Oh. Oh, stimmt ja. Hier muss ich ja die ganzen Vasen hier richtig hinstellen. So, die hier hin. Okay, sie dreht sich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ha! Ich ignoriere einfach mal die Wespe. Und... Oh, 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 das kann ja was werden hier, ey. Oh. Erstaunlich. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das denn ganz schön? Vor allem, weil meine Steuerung ja so kacke ist. Ah. Ah, das ist passiert. Okay. Und die letzte. Na, na? Na, die Wespen verhalten sich ruhig. Okay, geschafft. Oh, Banana. Woo. Sehr gut. Äh, Donk, Donkey, Donkey Kong. Hä? Oh, ich hab Donkies Blaupause, glaub ich, noch gar nicht abgegeben. Oder? Nee. Ach so. Ach so. Ja, mit Donkey Kong fielte mir ja auch noch eine Banane, weil ich sie ja nicht abgeben konnte. Nee, weil ich noch den Hebel noch nicht, den Hebelgriff noch nicht hatte. So war das. So. Jetzt hat mir wieder schön angestellt wie der erste Mensch. Also wie ein Affe praktisch. Und ja. Gleich mal in den nächsten Tempel hier hotten. Mal gucken, ob hier überhaupt irgendwas ist für den Dicken. I think so. Okay, die sind schon mal ein bisschen zaster für ihn. Und sein Scheiter ist natürlich genau auf der anderen Seite. Ich hab's gewusst. Wenn, dann gehe ich aber prinzipiell erstmal falsch. So. Was ist denn da drin so los für den Dicken? Alter, haben die alle ein Geld, ey? Ich kann's nicht oft genug sagen. So. Hallo? Oh. Bananen. Wow. Da geht's lang zu Bananen. Oh, und komische Fässer. Die wollen wir gleich mal entschärfen. Hehehe. So, und was soll das jetzt hier? Äh, Moment. Eine kleine Session geben. So. Oh. 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 Eine goldene Banane. Äh. Ich wusste es. Ich kann sie mir nicht einfach holen. Fies. Ich will sie doch so gern. Oh, fuck. Ähm. Ähm. Tour für kein. Tja. Down. Wow. Wow. Alter. Ah, stimmt. Der ist ja geil. Fass. Monster kill. Molch kill. Vom allerfeinsten. Wuhu. Das macht Spaß, wa? Okay, wir müssen die Variation reinbringen. Bats. Ach, ist ja ein Kinderspiel. Wui. Wow, wow, wow. So, letztes Mal, hoffe ich, ja. Oh, Mann, wüsst nicht einer auf einmal. Wats, wats, wats. Yeah. Geschafft. Ich hab's geschafft. Donk. Donkey Kong. Sehr schön. Okay, dann hau mal ab, du Affe. Wow. So. Ah. Krabat. Nix mit Krabat. So, ist hier sonst noch irgendwas? Ne, eigentlich mit ihm tauchen würde ohne springen, oder? Ist hier irgendwas? Für Chunky? Weil ich will hier ungern nochmal her. Und deswegen gucke ich einfach mal, ob hier irgendwo ein Ballon von ihm so rumschwirrt, oder sowas. Das kennen wir ja, so mit kleinen Tricks. Was willst du, Mann? Voll in die Eier geboxt. Mit Schmackes in die Säcke. Ah, ich seh schon, in der Welt hier wird uns noch einiges erleben, bevor wir die durch haben. So, hier noch irgendwas für Chunky. Der hat eine tiefe Stimme, ey. Wusstest du es doch? Alter! Voll fies, erst mal so ein Ballon. Moment, was ist denn noch ein Zwitter? Alter, wehe. Ist das fies, ey. Naja, zum Glück haben wir ihn eingesammelt. Der ganze Weg war nicht umsonst. Swut, 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 swut. So, dann können wir auch wieder raus hier. Erster Dungeon erledigt. Ja! Da freut sich der Affe. Dann erforschen wir den Tunnel noch weiter. Gehen einfach weiter. Und der schlenz, schlawenzelt hier so lang, ey. Ah, ja, 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 ja. Hier ist jetzt was für... Ah, ja. Okay. Ich würde sagen... Äh, wow. Ich würde sagen, im nächsten Part, dann geht's weiter? Ist hier noch irgendwo ein Ballon? Nö. Gut, also im nächsten Part dann weitere Bananen mit Chunky. Ciao! Ciao!